Warnung, dieses Video könnte für viele von euch sinnlos erscheinen, doch in Wirklichkeit wissen wir doch alle, dass ihr eh nur notgeil seid, mohahaha, dieser Werbespot ist eine Warnung und jetzt sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte, ist doch alles nur Spaß, mohahaha, oh man mein Handy, ayo Mike, was geht ab mit deinem Arsch, du Penner, mohahaha, hey Phantom, what's up man, oh man stimmt ja, du kannst ja kein Deutsch, warum muss ich mir auch immer englische Freunde suchen, mohahaha, egal, what is the problem, oh, ich bin zwar nicht gut in Englisch, aber was ich herauskristallisieren konnte war, dass Magdalena dich gedisst hat, man jetzt mal ehrlich, du bist doch eine Pussy, dis sie zurück, alter so war es wie du nennt sich Mike, alter gib mir das Mike, ich mach das, und wenn du schon dabei bist, I need money, mohahaha, aber kein Problem, ich rufe sie für dich an, I don't understand German, but I love you, thank you man, wo ganz ruhig, ich bin kein geil Lord, mohahaha, aber okay, hau rein Mike, man man man, alles muss man selber machen, ja hallo, ja hey, ich bin's Phantom, du denkst, du kannst Mike seine Eltern beleidigen, nicht mit mir, ich verpass dir jetzt ein paar Lines, mohahaha, dein Vater stinkt nach Apfelsaft, deine Mutter arbeitet beim McDonalds als Plakataufhängerin, deine Mutter ist gehbehindert, und meldet sich beim Marathon an, deine Mutter hat nur ein Bein und zehn Zähnen, dein Vater ist so dumm, selbst das Arbeitsamt gibt schon den Geist auf, deine Mutter hat Kontakt zu Psycho Andreas, mohahaha, Deine Mutter dealt am Bahnhof mit Pokemon Karten, deine Mutter ist so fett, wenn man sie beschreiben soll, kann man das nicht in Worten fassen, deine Mutter bläst öfters als ein Trompetenspieler, deine Mutter ist so dumm, sie schnellt sich ein Bild auf den Kopf und denkt, sie ist das letzte Einhorn, Deine Mutter raucht Steine mit Moskischmach, deine Mutter bestellt beim McDonalds einen Kickenburger zum Dalassen, deine Mutter spendiert ihre Altkleide an einen Zirkus, damit die neue Zelte bekommen, deine Mutter nimmt so schnell, sodass sie geblitzt wird, deine Mutter ist so fett, sie muss sich am Fasching nicht mal verkleiden, deine Mutter spuckt ihr ins Gesicht, und schreit Aquaknarre, deine Mutter klaut bei Kiek und fragt nach Kassenbong, deine Mutter ist wie ein Schinnerböller, 50 Cent einmal knallt, Hey jo, was geht ab mit dir, nein Spaß, hallo ihr YouTuber, ich habe eine neue Idee für Videos bekommen, und wollte mit dem Video anfangen, die neue Serie lautet, Distheim, mohahaha, in den Videos werde ich mit Magdalena am Telefon ein Konflikt über das wir streiten reden, das heißt also ihr könnt bestimmen um was es in diesem Konflikt handeln soll, das heißt wiederum, wenn ihr sagt es soll um unsere Eltern gehen kommen, Elternsprüche, wenn ihr versteht was ich meine, ihr schreibt einfach Themen in die Kommentare, und ich merke den Kanal dann auch an, also schreibt fleißig und lasst euch ein gutes Thema ausdenken, und ich wünsche euch dann viel Spaß bei den Videos, mohahaha, oh man ich glaube jeder Rapper aus Deutschland wird mich dann supporten, ich bin echt Gangstar, mohahaha, tschüss. Hey Leute, wenn ihr die Fortsetzung von diesem Battle sehen wollt, Daumen hoch, und wenn ihr ziemlich cool sein wollt, verbreitet ihr das Video, mohahaha. Also, daumen hoch, und wenn ihr die Fortsetzung von diesem Battle sehen könnt, was ihr das Video, Untertitelung des ZDF für funk, 2017